Willkommen. Hier werden wir klären, wieso die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad beträgt. Bevor wir loslegen, eine kurze Erklärung, wieso ich überhaupt so ein Thema anspreche. Vor kurzem habe ich vor ein paar werdende Studenten einen Wiederholungskurs gehalten. Und bei einer dieser Wiederholungsaufgaben im Rahmen von Vektorgeometrie oder Nischegeometrie habe ich halt die Eigenschaft gebraucht mit der Winkelsumme in einem Dreieck. Und dann habe ich die Aussage rausgelassen, naja, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Winkelsumme in einem Dreieck oder beträgt die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad. Prompt kam die Gegenfrage, wieso? Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe viele Sachen bewiesen im Rahmen von mathematischen Themen usw. in meinem Leben, aber darüber habe ich mir eigentlich noch nie Sorgen gemacht. Ich habe das einfach als von Gott gegeben angenommen und ich habe nie versucht nachzuvollziehen, um ehrlich zu sein, wieso die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad ist. Und weil so eine Antwort wie ist also bestimmt nicht die Neugier im Raum zufriedengestellt hätte, musste ich halt wirklich eine Begründung dafür finden, und zwar auf die Schnelle. Da ich noch ein paar Sekunden gebraucht habe, um nachzudenken, was ich da eigentlich zeigen muss, habe ich natürlich die Frage an die Schüler bzw. Studenten zurückgegeben. Damit gewinnt man ein bisschen Zeit. Und circa eine Minute später und zugegeben zwei nicht so brauchbare Antworten, hatte ich eine Lösung für das Problem. Und die will ich euch jetzt zeigen. Also, wir haben hier, wie ihr erkennen könnt, irgendein Dreieck ABC. Entsprechend habe ich die Innenwinkel dieses Dreiecks mit Alpha, Beta und Gamma beschriftet. In erster Reihe habe ich durch Punkt C eine Parallele zu der Kante AB konstruiert, oder zu der Geraden durch die Punkten A und B. Als nächstes habe ich mich an ein paar Eigenschaften vom Winkel aus der Mittelstufe erinnert, zum Beispiel Wechselwinkel, Stufenwinkel, Nebenwinkel, Gegenwinkel und so weiter. Und was wir hier brauchen, sind tatsächlich die Wechselwinkel. Weil, wenn wir jetzt beispielsweise diesen Winkel Alpha betrachten, dann wäre dieser Winkel hier der Wechselwinkel zu Alpha. Kurze Erklärung, weil die zwei Kanten hier, also die grüne durch C, die Kante AB parallel sind, und diese zwei Winkel Wechselwinkel sind, das bedeutet, dass das hier ebenfalls Alpha ist. Und genau so können wir auch für diesen Winkel Beta auf der rechten Seite verfahren. Also, der Wechselwinkel zu Beta wäre natürlich dieser Winkel hier. Und weil die zwei Kanten wieder parallel zueinander sind, bedeutet das, dass das hier ebenfalls Beta ist. Und ich denke, dass spätestens jetzt jeder von euch erkennt, auf was ich hinaus möchte, wenn man jetzt diese drei Winkel hier zusammenzählt, Alpha, Gamma und Beta, dann hat man natürlich diesen Winkel hier und das hier ist die Hälfte von einem Kreis oder ein 180 Grad Winkel. Und damit können wir tatsächlich behaupten, dass die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad beträgt. Und auch wenn die Hauptfrage damit geklärt ist, können wir an dieser Stelle noch ein, zwei nützliche Schlussfolgerungen ziehen, die ich jetzt auf die Stelle auch noch erwähnen möchte. Zum Beispiel, wieso die Winkelsumme in einem Viereck 360 Grad beträgt. Dafür schauen wir uns unser Dreieck von vorher an und das sind die Winkel, die wir bereits betrachtet haben. Und wenn wir aus diesem Dreieck ein Viereck machen möchten, dann wählen wir natürlich irgendwo ein Punkt im Raum, hier D eingeblendet und damit haben wir ein Viereck. Wenn ihr die Figur genauer anschaut, kam zu dem ursprünglichen Dreieck noch ein Dreieck dazu durch diese vierte Ecke. Also wir haben nochmal ein Dreieck mit drei Winkeln natürlich, in einem Winkel. Und wenn wir zwei Dreiecke haben und diese ganzen Innenwinkel zusammenzählen, dann haben wir 180 plus 180 Grad, was wiederum natürlich 360 Grad ergibt. Und genauso einfach ist es dann nachzuvollziehen, dass die Winkelsumme in einem Fünfeck zum Beispiel 540 Grad beträgt. Also zu dem existierenden Viereck nehmen wir noch eine weitere Ecke. Dadurch haben wir ein Fünfeck, also es kommt erneut ein Dreieck dazu. Also 360 plus 180 Grad ergibt 540. Und als Schlussfolgerung können wir sagen, dass mit jeder Ecke, die dazukommt, sich die Winkelsumme in so einer Figur um 180 Grad erhöht. Damit sind wir schon am Ende und wenn Interesse, weitere ähnliche Videos findet ihr in einer Playlist gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.